Let's Play ABC-Schutz-Simulator Und dann seid ihr mir in die Quere gekommen und habt gesagt, ich muss weiterspielen Und ich habe in meinem jugendlichen Likes hin angegeben, dass ich weiterspiele, wenn die letzte Folge mehr als 100 Likes kriegt Ja, saublöd, dann habt ihr das nämlich auch noch gemacht, ja, dann hatte die plötzlich über 100 Likes Und das heißt, ich muss noch ein bisschen weiterspielen Ich denke, ich werde so drei, vier Folgen nochmal produzieren und dann gucken wir mal, wie das mit den Klickzahlen ist Und dann entscheiden wir, ob es noch weitergeht oder nicht Jetzt aber erstmal ein paar Folgen zusätzlich Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich bin ein bisschen raus Das ist schon ein bisschen wieder länger her, dass ich da gefahren bin Also das hier war ja zuletzt mein Fahrzeug Ist es das noch? Nein, das ist es nicht Ist es jetzt schon die Drehleiter? Ah, jawohl, okay Also haben wir hier ein neues Fahrzeug, dann bin ich mal gespannt, was da für neue Fälle auf mich zukommen Ich hoffe, es kommt mal was Neues, ja Also nicht immer so Aschenbecher löschen und so Zeug Ähm Jetzt muss ich mich auch hier wieder umgewöhnen, da ist es glaube ich F7, die Außenperspektive Jawaja, ich kenn mich so aus Gut Das wäre schon mal geregelt, dann machen wir gleich das Licht an Und äh Was haben wir denn noch? Was ist denn B? Ne, B ist das äh Datütata R ist die Drehleiter Das kenn ich vom Werksfeuerwehrsimulator Ich hoffe, ich komm damit jetzt auch klar Andere Geschichte ist, ich mach natürlich immer hier diese Dinger auf Erst vorab schon mal Das ist ja mein Markenzeichen quasi Das wird immer alles gleich aufgemacht Damit ich es später nicht ständig auf und zu machen muss Ich bin so ein schlauer Mensch Und außerdem bin ich dann am Einsatzort wesentlich schneller wahrscheinlich Wenn es darum geht, Menschen zu retten Warum geht denn das hier nicht auf eigentlich? Ja, also Es ist jetzt so, ähm Ich muss jetzt auf den Einsatz warten Ich könnte natürlich wieder zum Übungsturm gehen, aber das ist mir zu langweilig Was ich natürlich auch noch tun könnte Wäre Genau, alle Autos, alle Fahrzeuge, die dreckig sind Das sind die, die ich gefahren hab Weil ich sie nie gewaschen hab Ähm Auch dieses hier, wie man deutlich erkennen kann Ich bin ein Schwein Ah, da haben wir es ja schon Was macht denn ihr? Joggen? Dann lauf ich den Patt und Pata schon mal hinterher Und schau mal, wo die hinrennen Vielleicht müssen die gar nicht zum Einsatz, sondern aufs Klo Okay, also Jetzt wollte ich schauen, wo mein Bett ist Weil ich das natürlich jetzt wieder vergessen hab, wo das Bett in diesem Spiel ist Was ganz wichtig ist jetzt Ich muss ein bisschen vorsichtiger fahren Als zuletzt, ähm Ich hab ja auch den, äh Ich let's play ja auch den Vorgänger dieses Spiels Den Vorvorgänger Ähm Den Flughafenfeuerwehrsimulator Und da gibt's keine Physik Für die Fahrzeuge Was wiederum bedeutet, dass ich nicht umfallen kann Und keine Unfälle bauen kann Und das kann hier aber passieren Deswegen muss ich jetzt wieder ein bisschen ruhiger fahren Und, äh, ja Da raucht's, aber das schaut nach einem Schottenstein aus Und das hier schaut nach einem Brand aus Ich hab jetzt gar nicht gelesen, was genau los ist Wie immer, ich bin immer so hektisch Aber, das werden wir ja wohl sehen Wenn wir dann dort ankommen, gell Das Gebiet ist wesentlich größer als beim, äh Flughafenfeuerwehrsimulator Vorsicht, da ist eine Kurve, Frenkel, ne Aufpassen Ja, wie komm ich denn da hin Also, das sieht mir schon nach einem großen, Großbrand aus Diesmal Weil ich ja, glaub ich, das erste Mal Jetzt dieses Drehleiterfahrzeug einsetzen darf So, jetzt muss ich bloß überlegen Wie komm ich jetzt da hin Wie komm ich jetzt da hin Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier, äh Dann fahren wir erst mal hier lang, glaub ich, oder? Da vorne geht's doch, äh, links rein Wenn mich nicht alles täuscht Meine Kollegen stecken hinter mir fest Sonst könnte ich denen folgen Aber die wissen ja selber wieder nicht, wo's hingeht Ich glaub, das ist schon In Ordnung so Halt an! Blödes Auto, ich hab Vorfahrt So, ich muss mal irgendwie versuchen Mein Ton ein bisschen lauter zu schalten Mein Kopfhörer ist wieder zu leise eingestellt Das kommt davon, dass man ständig Verschiedene Spiele spielt Und dann, äh, jedes Mal Dann, äh, Sound neu justieren muss Euch kann das wurscht sein Das wird alles beim Rendern Angepasst, der Sound Da passt das immer Jedenfalls komm ich langsam dahinter, wie das funktioniert So Okay, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, wenn ich stehe Mit dem Fahrzeug hier Dann muss ich da irgendwie die Leiter ausfahren Und dann kann ich da drauf Und dann kann ich von oben runter löschen So war das immer, gell, ey? Ja Okay Ist das hier etwa, ähm Simu-Welt Das ist ja lustig Haha Simu-Welt brennt Komm, das darf man einfach brennen So, ich muss jetzt anhalten Und dann drücke ich auf R Dann fahren die Nupsis aus Ich erinnere mich So war das Und der Korb Und der jetzt wieder zu steuern geht Weiß ich leider nicht mehr Geht der auch mit Die ging ja nochmal So, ja Okay Ähm Tatütatat Mir nicht in die Ohren Das tut mir weh Warte mal, ich brauch einen Schlauch Das sollte ich nicht vergessen Dann gehen wir da hoch Und dann kann ich das direkt vom Korb aus steuern Normalerweise Also Beim anderen war es so Werden wir gleich mal sehen Ja, hervorragend Funktioniert So Und wie geht das ausfahren? OP, genau Operation Oh, da steht wieder ein Selbstmörder Seht ihr es? Außerdem brennt der ja schon Der ist doch schon tot Was kann denn da noch stehen? Ist der da festgetackert? Ja, also Eigentlich müsste der aussehen wie ein Pommes frites jetzt Aber, naja Wir wollen es nicht so ganz eng sehen Hier mit dem Realismus So, das war's Ja, und jetzt muss ich irgendwie da hinkommen Zu dem Typen Und muss den da rausholen Äh, abholen Äh, runterheben Wie geht das denn jetzt wieder? Ich muss weiter ausfahren, gell? Ja So Oh Oh wie Oh, 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 weh So So, du kleine Schwulette Deine Rettung ist da Das heißt, warte mal Wie geht denn das jetzt? Warum kann ich den jetzt nicht nehmen? Muss ich erst mal den Schlauch ablegen oder was? Wie war denn das? Oder bin ich nicht nah genug dran? Hallo? Hallo, Pimmelheiner? Scheiße Muss ich erst den Schlauch ablegen Das entzieht sich gerade meiner Kenntnis Das muss ich jetzt mal ausprobieren Ich mach ja nichts anderes seit Wochen Komm, ich will da runter Hallo Ich mach eigentlich nichts anderes seit Wochen Als diese Spiele hier spielen Und trotzdem komm ich nicht klar damit noch Halt, denn das Gasmasken-Teil brauchen wir nicht So, jetzt hab ich's abgelegt So, kann ich ihn jetzt retten? Oder runterschubsen? Eins von beiden wär mir erst recht Vielleicht will er ja auch gar nicht gerettet werden Vielleicht ist er wirklich suizidgefährdet Aha, jetzt geht's Muss ich wohl doch den Schlauch ablegen So was So, und den Kasper da Diesen steifen Bruder da rechts Den muss ich jetzt zum RTW bringen Das ist Messtechnik Das ist mein altes verschmutztes Fahrzeug Wo steht denn bitte der Rettungswagen? Ey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Kack-Organisation Da parkt der hier sein Scheiß-Container Direkt hier in der Hauptstraße Geht's noch, blödmann? Da kommt doch keiner durch Meine Fresse Also, unter meiner Leitung Wär das nicht passiert Wo ist jetzt der blöde Typ? Wo ich ihn abgeben kann? Da Hallo Sanitäter Sanitäter Hallo Annehmen bitte Hurra, hurra, hurra Ich weiß gar nicht Auf was ich jetzt Alle wieder weggebeamt Ich weiß gar nicht Auf was ich jetzt hinspiele Weil wie gesagt Okay, das war jetzt Ein etwas neuerer Einsatz Für den ABC-Schutz-Simulator Aber das war genau das gleiche Wieder wie Merksfeuerwehr-Simulator Das ist alles relativ Identisch Naja So, Freunde Jetzt können wir Jetzt können wir das Zeug hier wieder einfahren Das Blaulicht auch abschalten Ich habe jetzt gedacht Es würde vielleicht da bei Da hinten Da sieht man es doch Man kann es noch nicht lesen Fizz Games Ich glaube das ist da hinten Oh komm Oh komm Das kann aber nicht wahr sein Ey Was für ein Stress hier schon wieder Ich wollte euch da hinten eigentlich Das Gebäude der Entwickler zeigen Aber naja Jetzt weiß ich nicht Bin ich hier richtig? Also hier Fizz Games Da Rechts Fizz Nicht zu verwechseln mit dem Putzmittel Ich glaube hier bin ich schon einigermaßen richtig Was für ein glücklicher Zufall Dass ich gerade in der Nähe war Ach, da brennt es Ich habe es gesehen Ja, Freunde Jetzt könnten wir nochmal schauen Was passiert, wenn ich den hier crashe Gar nichts Gar nichts passiert So kann man die Physik eines Spiels auch geschickt umgehen Mit dem Holodeck So, jetzt muss ich da irgendwie links rüber Da hier ist eine Tankstelle Tanken muss ich dann auch irgendwann mal Ah ne, komm Ist ja noch voll Jetzt warte mal Da fahre ich doch glatt hier rüber, oder? Das kriegen ja wohl gerade noch hin hier So, da ist die Stadt Welche war es jetzt nochmal? Ich habe es vergessen War vorhin eingeblendet Zwei Städte gibt es, glaube ich So Es wäre ja Oha, die Kollegen kommen von der anderen Seite Die Schlawiner Versperre ich mal denen den Platz hier Das heißt, Moment Wo muss ich denn hin überhaupt? Ah Freunde Jetzt lasse ich euch mal da nicht durch, ja? Dann schauen wir mal, was dann passiert hier Ob es da nicht vielleicht einen kleinen Stau gibt So Müsste so gehen, oder? Naja, fahren wir noch ein Stück vor Wo seid ihr denn, die Blödmännern? Die kommen gar nicht, oder was? Naja Dann parken wir mal Machen das Tatütata aus Steigen aus Und hoffen, dass das mit der Drehleiter so geht So beschissen, wie ich jetzt hier gehalten habe So Scheint doch zu klappen Und jetzt Ein Wohnbrand Das ist ja mal Ein Wohnhausbrand Mach ich natürlich Kein Wohnbrand Das ist ja mal der Brüller, hm? Da gibt es noch was ganz Neues hier Also ehrlich gesagt Ich weiß nicht, warum ihr wollt, dass ich das weiterspiele Aber es ist mir ehrlich gesagt auch völlig schnuppe Wenn ihr das wollt Und anklickt wie die Blöden Und das habt ihr gemacht, ja? Dann ist mir das scheißegal Dann mache ich das halt, ne? Alles für den Kunden Alles für den Zuschauer Und jetzt? Muss ich noch auf die andere Seite, oder was? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein Na also Da war noch ein Streichholz, das gebrannt hat Irgendwie unauffällig Okay Ähm Da komme ich ja leider nicht runter Das ist echt schade Ich würde da gerne mal runterspringen Aber das geht nicht Das geht nicht Ja und auf die Autos Wir lassen einen da ständig Wir lassen einen da ständig total hängen So Ah, guck mal Da kann man ins Haus reinschauen Ist das nicht toll? So, haben wir es jetzt bald Ich möchte weg hier Ich möchte weg hier So Und was nun? Nun schaue ich mal Ob ich Ah, da ist doch wieder Nein, das ist nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr Das ist doch der Spastomat Aus dem Flughafenfeuerwehrsimulator Und zwar sind das die ganzen Beschäftigten Die ich Schlenderer nenne Auch mit diesen Scharwuchteligen Schwuppigen Lederhandschuhen Das ist genau der gleiche Typ, ey Ich fass es nicht Ja und man muss ja immer Mitarbeiter retten Da oben Feuerwehrleute Und keine Ahnung Irgendwelche komischen Typen Immer mit dem gleichen Trikot, wollte ich schon sagen In der gleichen Uniform Zivilisten muss man da irgendwie nie retten Das finde ich ganz komisch So, also Ah, da ist er Die wollte ich sehen Die Nutte Ah Da geht was Die läuft aber ganz schön Auch breitbeinig Hat es wohl viel zu tun Heute, was? Ha, naja Also Weiter geht's Suche Mann mit Pferdeschwanz Mit eben solchem, ne? Junge Frau Ha, ha, ha So Die kann man auch nicht überfahren Dann werde ich jetzt mal versuchen Mich zur Heimat durchzuschlagen Ich weiß allerdings wieder überhaupt nicht Wo ich hin muss Jetzt kann ich nur ein bisschen zoomen hier, glaube ich Wie war das nochmal mit Plus und Minus? Ah, tatsächlich Das geht sogar ganz gut Da sehe ich, wo ich hin muss So ungefähr Ich bin der rote Punkt Punkt Nicht der Punkt Und ähm Da ich da keine Spitze sehe An dem Punkt Weiß ich auch nicht in welche Richtung ich glaube Und jetzt sehe ich es natürlich Wenn ich eine Zeit lang fahre Äh, ein Pfeil wäre sinnvoller gewesen Fällt mir da gerade auf So Aber macht nichts Komm Sind wir mal nicht so streng Und tuckern mal wieder schön langsam zurück Was wir ja eh nicht schaffen werden Der nächste Einsatz kommt bestimmt Ich war schon lange nicht mehr auf dem Friedhof Das fand ich immer ganz kuschelig eigentlich So, was kommt da vorne? Ein Tücker Aber ich muss da rüber, ne? Tja, keine Ahnung Was euch da so geritten hat Dass ihr den AWC-Schutzsimulator weiter sehen wollt Aber wie gesagt Wenn die Klickzahlen stimmen Dann kann mir das nur recht sein So Und äh Wir sind jetzt auch quasi schon Am Ende Der ersten Neuen Folge Der ersten Verlängerung quasi Und jetzt seid ihr dran Mit Kommentaren Und äh Mit Likes Und mit Klicks Mir zu beweisen Ob wir dieses Teil hier Weiterspielen Oder ob wir es dann doch Versuchen lassen Was ist denn hier eigentlich? Da steht ein LKW Was ist das hier? Spedition Winkler So, so Na gut Ja Also Dann sag ich Ciao